Herzlich Willkommen zu diesem kleinen Ergänzungsvideo zur Vampire 2. Ich wurde darauf hingewiesen, ein kleines Tutorial, ein Live-Tutorial zu machen zur Vampire, quasi ergänzend zu dem How-To-Build-Video, wo ich die Kapitänskillung und die Module vorgestellt habe, um euch einfach mal zu zeigen, wie kann man das Schiff auch spielen, um die Stärken und Schwächen auch ein bisschen zu erklären. Overall starte ich natürlich immer rein und schaue mir, was der Gegner so hat. Ich sehe jetzt, er hat ein Radarschiff, wir haben zwei DDs und wir haben einen Flugzeugträger. Das heißt, ich muss auf jeden Fall auf den Flugzeugträger aufpassen und natürlich auf die Haragumo, guter Gun-DD. Ich versuche gleich das Cap zu contesten mit meinem Crawling Smoke und meinem Hydro und da gleich Druck aufzubauen. Geht mit der Vampire ganz gut. Ihr habt gute Guns und mit dem Crawling Smoke und dem Hydro könnt ihr immer mal wieder ein gutes Play aus dem Hut zaubern. Würde ich euch auch immer empfehlen, arbeitet auch an Inseln, ist immer sinnvoll mit einer Vampire und auch vom aktuellen Meterstand her gesehen ist die Vampire immer noch ein starkes Schiff. Klar, euer Hauptfeind ist nun mal Radar in dem Fall und darauf müsst ihr eigentlich am allermeisten aufpassen. Und natürlich, wenn ihr die Cooldown auf euren Smoke habt, weil dann seid ihr natürlich verwundbar. Ihr habt ein gutes Consument, sieht man hier nochmal 5,8. Das ist in der aktuellen DD-Übersicht relativ gut. Alles unter 6, würde ich sagen, ist ein sehr, sehr solides Consument. Ihr habt keinen Heal wie bei der Daring, da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Und deswegen werde ich, wie gesagt, erstmal für das Cap spielen. Ich weiß, ich habe jetzt hier eine Tromp, da muss ich aufpassen, je nachdem wie die Tromp geskillt ist. In dem Fall ist sie bei 5,9 geskillt, was auch relativ gut ist. Ich werde ihn einen Ticken früher sehen, das ist natürlich ein Vorteil. Nachteil ist, ich habe hier eine Venice, da werde ich ein bisschen aufpassen müssen. Mein Vorteil ist jetzt, dass er quasi in meinen Hydro reinpusht. Ich glaube, jetzt habe ich von der Venice einen bekommen. Also ich nutze das jetzt aus und versuche den zu finishen. Was mir wahrscheinlich auch ganz gut gelingen wird. Die DM hat ihn dann gefinisht, sehr gut für mich. Das Schöne ist, ich kann das jetzt hier gleich nutzen und auf die BBs, ups, da war Carrier am Start, auf die BBs gleich weiterfarmen. Das ist der große Vorteil mit dem Crawling Smoke. Seid ihr beweglich auf Viertelfahrt, versucht den so gut wie möglich auszunutzen. Es ist ein sehr, sehr starkes Tool. Natürlich ist es jetzt problematisch, dass ich die DM noch nicht gesehen habe. Das könnte ein Problem sein. Und dadurch, dass wir hier so aggressiv das Cap geholt haben, haben wir natürlich den Vorteil, dass der Gegner, oder je nachdem der Nachteil, das könnt ihr jetzt sehen, wie ihr möchtet, dass der Gegner schon wieder wegfährt. Der Vorteil ist jetzt auch, ich sehe jetzt, wo die DM ist. Das ist gut soweit. Crawling Smoke ist gleich vorbei. Ich konnte eigentlich meine Kombo sehr gut spielen, um DDD zu killen. Und das ist das, was ihr eigentlich machen wollt. Ihr würdet möglichst früh den DDD killen. Ihr dürft natürlich auch nicht zu viel riskieren. Da müsst ihr aufpassen, gerade mit der Venice. Wenn ich da eine gute Salve nehme von der Venice, bin ich halt auch tot. Das Problem ist, ich bin jetzt der Spotter. Das ist auch so ein bisschen der Nachteil von dem Crawling Smoke. Wenn ihr Spotter seid, seht ihr, könnt ihr natürlich die Schiffe nicht spotten. Ihr seid quasi, wenn ihr im Smoke arbeitet, davon abhängig, dass ihr ein anderes Spotting habt. Und des Weiteren habt ihr gesehen, ich ziehe natürlich den Smoke hinter mir her. Das zeigt halt dann auch, wo ich bin. Das verrät euch die Position von der Vampire. Und das ist in gewissen Situationen natürlich auch nicht so gut. So, wir haben jetzt einen Fighter hier. Den würde ich eigentlich gerne abschießen. Weil der nervt doch ein bisschen. Die AA von der Vampire ist jetzt nicht weltbewegend. Das ist so ein bisschen das Problem an der Sache. Aber wenn ihr den nächsten Turn macht... Ja, ich muss jetzt auf das Bismarck, auf die Bismarck Secondaries aufpassen. Deswegen werde ich den Fighter unberührt lassen. Sonst hätte ich ihn gefarmt. Wie gesagt, kein Heal. Da muss man auf seine HP ein bisschen aufpassen. Darf den nicht einfach weginten, quasi. Und wir müssen jetzt schauen, dass meine Mates hier relativ schnell diese Bismarck kriegen. Sonst könnte ich hier ein Problem haben. Ich muss jetzt eigentlich warten, bis der Fighter weg ist. Das Problem ist, die Bismarck dreht auf mich ein. Okay, Fighter ist weg. Das ist gut. Das heißt, ich kann wieder disengagen. Ich habe hier das Spotting natürlich auf meiner Seite. Es ist ein bisschen ärgerlich, dass der Carrier zu mir fliegt. Ja, spottet mich jetzt natürlich auch. Mein Glück ist, dass der Thunder gerade geschossen hat. Das heißt, ich kann ihn jetzt for free farmen. Kriegt natürlich die zwei Bomben von der Akuju ab. Ist natürlich nicht so geil. Aber das ist das, was ich wieder gesagt habe. Ihr seid quasi abhängig vom Spot, den ich aktuell nicht bekomme. Und deswegen könnt ihr auch nicht so gut farmen. Und das andere Problem ist, dass euer Rückwärtsgang schneller ist, als euer Vorwärtsgang bei viertelter Fahrt. Das bedeutet für euch, ihr müsst da ein bisschen aufpassen. Weil der Crawling Smoke kommt euch da nicht hinterher. So, jetzt kriegen wir auf jeden Fall die Brände. Die DM müsste ich so ein bisschen im Hinterkopf haben. Maybe kriegen wir den Thunderer raus. Das wäre ganz cool. Perfekt. Kriegen hier auch das Cap, so wie es aussieht. Hier ist noch was in der Nähe. Wir sollten uns auf jeden Fall umverlagern. Weil ich glaube, die Napoli ist ziemlich nah. Genau. Auf jeden Fall das Doppelcap jetzt geholt. Also ihr wollt mit der Vampire auf jeden Fall Cap contesten. Ja, das ist ein wichtiger Faktor für euch. Ich muss jetzt so ein bisschen aufpassen. Ich habe Angst vom Carrier, dass der mich in einem falschen Moment spottet. Aktuell sind wir solide unterwegs. Wir haben die zwei Caps geholt. Wir haben gut Damage gemacht. Wir haben einen DD-Kill. Problem ist so ein bisschen... Wir haben hier vorne Radar, da müssen wir aufpassen. Und ich würde jetzt erstmal versuchen, einfach zu spotten. Open-Water-Gunboating funktioniert gerade nicht wirklich. Das ist so ein bisschen das Problem. Und deswegen einfach erstmal für Spots sorgen. Das Problem ist, die spielen hier einen Smoketrain. Ich weiß nicht, ob das eine Divi ist oder ob die sich da einfach geeinigt haben, einen zu spielen. Aber es sieht gerade sehr, sehr stark danach aus. Ich hoffe ja, dass die Elbing vielleicht jetzt mal einen Smoke droppt. Dass ich mich da reinsetzen kann. Aber der scheint seine Smokes nicht gerne benutzen zu wollen. Ich nutze jetzt mal meine Torpst. Oh, er benutzt ihn sogar. Das heißt, ich setze mich da jetzt mal mit rein. Und schau, dass sind ein bisschen die Repo-Farme. Da gibt es auch noch ein bisschen Feuer-Support. Flagg-Support. Aber hier fühlt es sich gerade relativ entspannt an. Wir schmeißen mal ein paar Torps da rein. Wir haben gute Torp-Range. Das kann man auch nochmal sagen. 12 Kilometer. Das heißt, damit könnt ihr definitiv was machen. Und wichtig wird jetzt sein, im Laufe dieses Games einfach das Cap zu verteidigen. Ich habe noch einen Crawling-Smoke. Den muss man natürlich auch mit Bedacht einsetzen. Gerade in dem Status des Games, wo es halt noch sehr, sehr unentschieden ist, möchte ich fast sagen. Das Game kann hier noch relativ lang dauern. Schiffe sind wir ziemlich gleich aktuell. Das ist so ein bisschen das Problem, was wir haben. Mein RPF geht jetzt in Richtung DM und Haragumo. Vielleicht kriegen wir da den einen oder anderen Torp-Hit. Das wäre natürlich auch meisterlich. Aber einfach mal abwarten, was so geht. Haragumo ist natürlich sehr, sehr anfällig für Torps. Kann sein, dass die DM auch durch die Mitte fährt. Leider kein Torp-Hit. Okay, wir sehen, dass die Repo sich nochmal in Bewegung setzt. Wichtig für mich ist halt zu wissen, wo ist die DM. Die DM ist mein Gegenspieler in dem Game. So wie die Haragumo. Und leider spottet der Carrier die Haragumo nicht. Mal gucken, ob ich vielleicht hier mit dem Crawling-Smoke nochmal performen kann. Da wäre jetzt zum Beispiel nur die Wu Jing-Farmbar. Das ist einfach zu wenig für einen kompletten Smoke. Da ist die DM. Wir torpen nochmal hier in die Gasse. Dann hast du ein bisschen Verschwendung. Naja, ihr müsst halt immer aufpassen. Wer kann mit auf euch schießen? So, ich ziehe mal meinen Motor-Boost und helfe hier kurz mit. Wahrscheinlich hat er die Guns gleich wieder ready auf mir. Aber jedes, wir brauchen jeden BB-Kill. Der würde jetzt wahrscheinlich auch nicht kümmern. Ja, so sieht's aus. Aber das hatten wir so ein bisschen im Blick und können das deswegen auch gut dodgen. Da kamen nochmal Shirts von der Yoshino. Ah, mein Problem ist so ein bisschen jetzt, dass mein Team sich sehr weit zurückfallen lässt. Aber ihr merkt hier, dieser wichtige Bereich ist dieses Cap. Darum spiele ich. Da versuche ich Spotting zu geben. Für meine Teammates. Ich weiß, die Haragumo ist hier irgendwo. Das ist jetzt hier aktuell. Hier ist irgendwo die Haragumo. Aber wie gesagt, erstmal Spotting. Der letzte Smoke ist immer Gold wert. Den sollte man sich immer bis zum Ende aufbewahren. Um da im Zweifelsfall noch ein Play zu machen. Gerade wegen der Haragumo muss ich da halt besonders aufpassen. Wir können jetzt so ein bisschen als Torpedo-Boot fungieren erstmal. Und vielleicht können wir da auf die Laien was machen. Flak würde ich euch empfehlen. Dann macht ihr am besten aus. Und in dem Fall muss ich jetzt den Crawling Smoke ziehen. Weil ich mich da ein bisschen überspielt habe. Was das angeht. Können aber jetzt vielleicht die Laien finishen. Also kriegen wir vielleicht noch ein bisschen was raus aus dem Crawling Smoke. Zum Beispiel indem wir uns kurz spotten lassen. So Repu Böllert jetzt auch so langsam. Na ihr seht schon. Einmal falsch positioniert im Crawling Smoke und schon haben wir da ein Problem. Den Gunfight muss ich jetzt nehmen und hoffen, dass ich ihn überlebe. So. Und jetzt muss ich hoffen, dass ich die Rockets überlebe. von der Pakuyu. Das haben wir schon mal geschafft. Das Radar von der DM müsste auch gleich aus sein. Je nachdem, welche Modul er geskillt hat. Okay. Hab ich soweit überlebt. Team ist natürlich auch sehr sehr defensiv. Das macht es nicht unbedingt leicht für mich. Ja, wir haben da die DM. Und in dem Moment geht natürlich mein Smoke aus. Das ist sehr belastend. Aber so ist es halt in dem Fall. Wäre sowieso schwierig gewesen. Aber wie gesagt, mein Team ist halt sehr sehr weit hinten. Der Gegner ist relativ low. Ich hoffe, die Brandisi kriegt da den Kill noch. Und sonst denke ich, war das eine solide Runde. Da kommen nochmal Shels geflogen. Leider geht die DM nicht drauf. Wie gesagt, die müssen hier schauen, dass wir das Cap verteidigen. Da stimmt meine Colbert. Keine Ahnung, wie der schon wieder gestorben ist. Aber aktuell sieht es relativ solide aus. Noch fünf Minuten auf der Uhr. Und ja, ich würde sagen, wir springen dann auch gleich rüber auf den Endbildschirm. Ergebnis von der Runde. Damage war jetzt nicht so hoch. Die zwei Caps sind halt wichtig gewesen. Wir haben noch einen DD-Cill gemacht. Denke ich, ist auch wichtig. Zur Teamwertung knapp zwei K-Base. Also doch echt eine solide Runde. Das war mein kurzes Tutorial Play zur Vampire 2. Ich werde euch natürlich auch das entsprechende How-to-Build-Video dazu verlinken. Und umgekehrt, wenn euch das Video gefallen hat und ihr sagt mehr davon zu den How-to-Build-Videos, dann lasst gerne ein Like da und auch gerne ein Abo, wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.